Hey Leute und willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 und wer hätte gedacht, dass ein faschistisches Deutschland unter Adolf Hitler mehr Verbündete und Freunde in der Welt hätte, als ein demokratisches Deutschland, was ich mit allen gutstellen möchte. Ey jetzt echt, das, dieses Let's Play, das, ja, das erstaunt mich immer und immer wieder. Oha, 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 hier geht mal wieder was ab, da tut sich mal wieder was. Aber wirklich viel tut sich da nicht. Ich meine, ja, sie kämpfen, aber, warte mal, wie viel Mannstärke hast du noch? Oh, du hast wieder aufgefüllt. Ja, ich bin immer noch sehr erstaunt über diese Entwicklung hier. Aber gut. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, nicht wahr? So, das müssen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch machen, hatten wir gesagt. Und wie sieht's hier aus, da sind wir auch relativ nah davor. Und danach kommt das mitteleuropäische Bündnis. Und ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass wir die USA auch dazu bewegen können, da mitzumachen, obwohl die USA nicht wirklich mitteleuropäisch sind. Und auch im Moment nicht wirklich dabei sind, irgendwie Andeutungen zu machen, kriegerische Handlungen unterstützen zu möchten. Aber wir werden sehen, was sich da auf kurze Hörer lang noch entwickelt. So, hier drücken wir wieder das. Wird eigentlich an unserem Flugzeugträger schon gebaut? Ja! Ja! 12. September 1939 ist er fertig. Also in ungefähr einem Jahr haben wir unseren ersten Flugzeugträger. Das Problem, was wir dabei haben, wir haben absolut keine Flugzeuge, die dafür irgendwie infrage kommen würden. Oh, und wir haben gerade schon Flugzeugträger rum von 36. Mhm. Ja, komm. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich bin gerade sogar mich selbst am hinterfragen, ob ich den Flugzeugträger nicht sogar abbrechen sollte. Und direkt hier so einen richtigen Bauer, weißt du? Gucken erstmal. So, Hangarplatz. Hangarplatz. Flugabwehr 2. Radar haben wir jetzt auch. Flugzeugträgermotor 2. Eckkundärbatterie 2. Und mehr Hangarplatz? Oder Deckpanzerung? Ich meine, ich bin immer noch dafür. Deckpanzerung, gerade im Szenario Ostsee, Nordsee, Mittelmeer, ist die richtige Entscheidung. Leider haben wir nicht genug Marineerfahrung. Können wir euch hier nochmal üben lassen. Kriegen wir dann 30 Erfahrungen zusammen. 30 Marineerfahrung. Das wäre sehr geil. Wir haben absolut nicht genug Treibstoff. Ach, du heilige Scheiße. Treibstoff für 7 Tage. Yikes. Da kriegen wir keine 30 Marineerfahrung dazu. Also bis 30. 30 an sich kriegen wir auf keinen Fall. Also bis 30? Nope. Ich meine, wir könnten wir könnten Raffinerien bauen. Könnten wir mal machen. Ja. In Hannover. Warte mal. In Hannover. Eine runter und da setzen wir eine Raffinerie rein. Das war jetzt richtig. Und die setzen wir ganz oben mit dran. Dass wir... November. Na gut. Wir haben schon August. Ja, machen wir. Komm. Man soll ja nicht geizen. Dann haben wir wenigstens eine Raffinerie hier mal stehen. Und vielleicht hilft das uns mit unserem kleinen Treibstoff-Problem. Ich würde... Gibt es eigentlich eine Möglichkeit? Ich meine, wir können ja alles mögliche hier einhandeln. Öl, Blage, Döns, alles mögliche. Nur kein Treibstoff. Wieso können wir keinen Treibstoff handeln? Hm. Es wundert mich sehr. Die vierte Internationale... Ja. 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 Ja, gut. Das bringt es jetzt auch nicht wirklich, euch da noch weiter üben zu lassen, wenn wir sowieso da nicht wirklich was machen können. Okay. Mitteleuropäisches Bündnis. Es geschieht. Nachdem wir die Aufmerksamkeit des Kontinents auf das Problem gelenkt haben, müssen wir nun die Lösung bieten. Wir werden ein Bündnis für alle kleinen Nationen in Europa anführen, das Schutz gegen diese tödliche Bedrohung unseres Lebensstils bietet. Okay. Polen. Bitte nicht. Oh. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Die Sowjetunion wird uns mittlerweile etwas hassen. Ihr mögt uns eigentlich noch. Separat. Okay. Sehr cool. Okay. Hm. Hm. Habe ich sonst noch was, was ich 38 machen müsste? Ja. Hm. Das könnte ich tun. Hm. Hier bin ich schon durch. Ja, ich könnte, ich könnte das hier tun. Aber jetzt, wo wir schon in Flugzeugträger investieren ein bisschen, da sollte ich das vielleicht auch ein bisschen weiterführen, den Gedanken. Zumindest Marinebomber sollten wir in der Lage sein zu produzieren, wenn wir Flugzeugträger operieren. Wenn dann nicht sogar richtige Träger gestützte Luftnahrunterstützung. 15 erhalten wir durch Handel. Baugeschwindigkeit. Ja, ist schon. Ist schon ein Unterschied bei der Baugeschwindigkeit definitiv zu spüren. Durch den freien Handel. Im Vergleich zu vorher. Ja, die Frage, die sich mir halt echt stellt, ist, wer, gegen wen werden wir alles kämpfen? Guckt euch das an. Frankreich ist jetzt so gut wie schon dabei, faschistisch zu sein. Die werden dann vielleicht noch in Bündnis mit Italien und Spanien eintreten. Ja, wenn Japan erstmal fertig ist mit dem Bürgerkrieg hier, werden die wahrscheinlich auch hier zur Sowjetunion dazustoßen. Ich meine, das Vereinigte Königreich ist halt immer noch bei den Alliierten. Aber nur, weil die noch keinen Zusammenbruch hier, einen kommunistischen Zusammenbruch hatten. Und die große Frage ist halt auch, die USA wird sich erstmal lange Zeit neutral halten. Und weil Pearl Harbor, denke ich mal, nicht passieren wird, werden die auch keinen wirklichen sofortigen Anreiz haben, in irgendeinen Krieg einzutreten. Das heißt, die Entscheidung, ob sie jemandem den Krieg erklären, müsste eigentlich von denen selbst kommen. Und da sie uns ja nicht den Krieg erklären können, weil wir auch demokratisch sind, wäre die Wahl im Grunde genommen... Kommunistisches Japan, Sowjetunion, Vereinigtes Königreich, wenn die ihren Zusammenbruch haben, Frankreich, wenn die ihren Zusammenbruch haben, Italien, Spanien, irgendwie so... Und wollen, will die USA dann mit uns in einem Krieg sein, äh, in einem Bündnis, nicht im Krieg, das wäre, das wäre recht schlecht. Ähm, wollen die dann... Ich weiß nicht, ich bin so, ich bin so gespannt, was passiert. Und ich will eigentlich im Moment gerade schon vorspulen, weil noch passiert ja relativ wenig. Und das ist ja alles so, so ein bisschen vorgeplänkelt die ganze Zeit. Und wir können jetzt mal auf Stufe 5 stellen, aber Stufe 5 ist halt, ist halt immer ziemlich anstrengend zum Gucken, weil es ist halt immer sehr framey. Okay, deswegen, Stufe 4 ist da schon ein bisschen besser, was die Geschwindigkeiten, was die Viewer Experience angeht. Das ist halt echt im Moment passiert so gut wie gar nichts. Okay, wir haben Träger gestützte Jäger. Wir müssen sie nur noch bauen. Das ist gut. So. Haben wir noch irgendwas, was wir 38 machen sollten. Vielleicht... Warte mal, das hier ist nur für... Schwere Schiffe, Schlachtschiffe, Kreuzer, hm. U-Boot, Kreuzer, Kreuzer, Flugzeugschräger, leichter Angriff. Leicht zu klar. Ja, hm. Minen. Mach mal Leiter zielen. Und dann, bevor ich's vergesse, setze ich unsere trägergestützten Jäger hier schon mal rein. Und nehme von der Artillerie erstmal was weg, damit wir die schon mal bauen. Zwar nicht sonderlich schnell, aber wir bauen sie schon mal, das ist ganz gut. So. Bis dann unser erster Träger aus Wasser gelassen wird, wird ja eh noch ein bisschen dauern. Aber im Vergleich zum historischen Deutschland, zum Deutschen Reich, haben wir dann tatsächlich auch einen operationsfähigen Träger. zur Atlantikflotte. Forschungsgeschwindigkeit, Marina, relativ gleich, Flugzeugträger, Sichtbarkeit, Maximilien, Deckgröße, hm. Ich glaube, wir wollen eher auf Geschwindigkeit, Sichtbarkeit und dafür Deckgröße-Wenigkeit und schwere Angriffe ein bisschen weniger bei Großkampfschiffen, aber dafür alles andere ein bisschen besser. Anstelle von, dass nur Flugzeugträger und Großkampfschiffen... Andererseits nur Flugzeug... Ich mein, wir müssen, wir müssen das anders sehen. Wir haben ja die Möglichkeit, immer noch mit den USA zu handeln. Und mit den Handeln, mit den USA und sowas, da müssen wir ja nicht unbedingt so viel auf Öl und sowas verzichten. Und dadurch, dass wir halt auch die ganzen Schiffswerften bauen werden, wir werden schon in unsere Marine investieren. So ist es nicht. Also es wird schon eine richtig große Flotte. Hoffentlich. Zwar nicht so, wahrscheinlich nicht so groß wie... Hier, ähm... Hier, da, Vereinigten Königreich, 200 bis 300 Schiffe. Oder hier in den USA. Aber das, was es wird, wird schon... gut werden, denke ich. Von daher... Ich gehe sonst immer auf Blum und Foss, weil es ist ja die, ja, historisch gesehen logischere Entscheidung. Aber Germania werft diesmal... Ist eigentlich gar nicht so blöd. Von daher... Vor allem hier, Flugzeugträger, Panzerung plus 50%. Machen wir mal. Wir holen uns hier die gepanzerten Träger. Die auch günstiger sind als Schlachtschiffe. Und dann... bauen wir hier ein paar Träger... Strike Groups auf. Na, ich bin sehr gespannt, wo das hinführen wird. Dieses Let's Play. Es ist... Alles nicht so optimal. Zugegeben. Aber es macht gerade echt Spaß. Diese ganzen Theorien und... Oh, was wird passieren? Das schon... Das schon cool. Wie viel Treibstoff produzieren wir jetzt? Oh ja. Schon definitiv mehr. Oh. Ja, ja, ja. Milch-Europäisches Bündnis. Nice. Deutschland hat seine Anti-Rhetorik fortgeführt und hat nun einen konkreten Plan entwickelt, um den sowjetischen Einfluss auf dem restlichen Kontinent einzudämmen. Es wurde ein neues Bündnis gebildet, das Mitteleuropäische Bündnis. Mit der Zeit wird es seinen Mitgliedern hoffentlich Schutz gegen die, in den Worten der Deutschen, ungezügelte sowjetische Aggressionen bieten können. Wir werden das freie Europa im Kampf gegen die kommunistische Bedrohung anführen. Nice. Okay. Erstmal Skandinavien und dann direkt Polen. Sofort. So schnell wie möglich. Polen, was machst du? Bitte mach noch was anderes. Mach noch was anderes. Ja, zusätzlicher Forschungssatz. Nice. Sowjets beschleunigen Aufrüstung. Als Reaktion auf die jüngste deutsche Ankündigung, ein mitteleuropäisches Bündnis gegen die sowjetische Aggression zu bilden, hat die sowjetische Regierung Maßnahmen zu drastischen Beschleunigungen mit militärischen Produktion verabschiedet. Ein Sprecher des Kremls stellte unmissverständlich klar, dass die Sowjetunion nicht tatenlos zusehen könne, wie sich vor ihren Grenzen die Gefahr aufbaut. Daher seien zwingend notwendige Gegenmaßnahmen ergriffen worden. Okay. Das ist echt so ein bisschen kalter Krieg gerade. Obwohl, das wird wahrscheinlich schon sehr bald etwas heißer. Was wir, was wir jetzt machen ist, wir wechseln, warte mal, oder? Flugzeugträger unserer Organisation, Zielerfassung, untergeordnete Trägerrolle. Ne, ich für eine übergeordnete Trägerrolle. Eigentlich bräuchten wir, bräuchten wir das hier. Stützpunktangriff. Nicht Handelskrieg. Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer. Flugzeugträger, Organisation, Trägereffizienz. Organisation, Siehziele. Organisation und Effizienz. Organisation, Hafenangriff. Uh, ja, auch gut. Mhm. Viel mehr Organisationen. Kreuzer. Träger. Massenangriffe. Ja, wir wechseln das. Scheiß auf Handelskrieg. Was wollen wir mit Handelskrieg? Ist, mhm. Ja, okay, wenn wir gegen das Vereinigte Königreich kämpfen. Wenn wir dagegen kämpfen. Aber. Hm. Ah, es wird schon. Ah, das wird interessant. Interessant und cool. Hoffentlich cool. Aber auf jeden Fall interessant. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ah, wir haben jetzt 30. Richtig, richtig, richtig. Okay. Äh, nein. Hier, da. Nein. Okay, ihr könnt aufhören. Da können wir wieder ein bisschen Treibstoff sammeln. Was ich machen möchte ist... Träger. So. Hangarplatz. Hangarplatz. Flugabwehr 2. Radar 1. Flugzeugmotor. Bla. Sekundär. Und... Deckpanzer. Maximalgeschwindigkeit 34,7 Knoten. What? What? Das ist der schnellste Flugzeugträger aller Zeiten. Also, Namenskürung. Imperiale Flugzeugträger. Okay. Machen wir. Der kostet... weniger als der umgebaute Schlachtschiffrumpf. und weniger Ressourcen. Mh, okay. Nein, 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 nein. Wir wollten dich hier hochschieben. Mh, okay. Das ist jetzt so... Okay, das hier wird random die Graf Zeppelin und das hier wird random die SMS-Graf Zeppelin. How about no? Keine. Aktualisieren. Schiffsnamen. Oh Gott. Oh Gott. Nein, wie geil. Ist das ein Bug? Warte mal. Das ist ein Bug. Oh nein, nee, warte, warte, warte. Das ist kein Bug. Das ist ein Bug. Nee. Wenn wir den jetzt wieder rausnehmen, dann... Ja, dann passt es. Aber wenn wir jetzt... Jetzt heißt er Peter Strasser. Wenn wir jetzt einfach sagen, okay, da verändert sich ja was im Code. Der Code sagt jetzt, die Vorlage hat auf einmal eine andere Datenbasis, wo sie darauf zugreifen muss. Bäm. Dann steht hier einfach nur Schiffsnamen. Und das kann man da... Das wird noch nicht mehr geändert, weil dann ist die Kommunikation zwischen Client und Datenbasis unterbrochen. Das ist ja lustig. Okay. Wir können unsere Schiffe einfach random Schiffsnamen nennen. Also wirklich, wirklich Schiffsnamen. Als Namen. Das ist super cool. Das ist super cool. Okay, cool. Äh, ja. Das wollen wir genauso. Erstmal. Und dann die Peter Strasse. Ja, alles klar. Wenn hier dann erstmal genug Schiffswerfen gebaut sind, dann wird sich das Problem auch früher oder später erledigen. Aber hey! Wir haben uns da ein bisschen reingefunden. Das ist auch super cool. So, da haben wir jetzt auch das. Im November 38. Das heißt, wir fangen jetzt langsam an mit der 39er Technologie. Erstmal fangen wir an mit der Baugeschwindigkeit. Das ist nämlich mit das Wichtigste, damit wir hier ein bisschen weiter vorankommen. Ja. Das wird cool. Und dann geht's jetzt auch quasi schon los. Wir bekommen hier bald schon mehr Militärfabriken, mehr Schiffswerften. Und das wird so schnell produziert. Obwohl das gerade jetzt angefangen hat. Das kommt in den Zimmer noch aus. Das kommt in den Zimmer noch. Das kommt in den Zimmer noch. Nice, 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 nice. Okay. Wir fangen an, hier richtig aufzurüsten. Das gefällt mir. Und wir müssen, nicht vergessen, unsere Träger-Marine-Bomber müssen wir auch produzieren. Und zwar in gutem Maße. Nice, das freut mich. Und wie gesagt, wenn dann hier unten die ersten Träger rauskommen, erstmal die Kraft Zeppelin, einfach nur ein umgebautes Startschiff, und dann hier unten die Peter-Strasse, dann wird das richtig cool. Das wird mega. So, November 1940 ist nicht aktuell, weil hier noch nicht alle Fabriken mit einbezogen sind. Ja, ja, ja. Oh, das wird so cool. Okay, cool. Dann wäre das dies für diese Folge. Wir haben uns ein bisschen mit Flugzeugträgern und allen möglichen Marine beschäftigt. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.